Lanzarote, sie ist die Insel der Vulkane, geprägt von wunderschönen Landstrichen, kilometerlangen Sand- und Kiesstränden und schroffen Felsformationen. Dazu sind Natur und Kunst in Einzigartigkeit miteinander vereint. Keine andere Insel bietet ein so gegensätzliches Naturschauspiel. Die nordöstlichste der Kanarischen Inseln wurde deshalb 1993 vollständig zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt. Nach viereinhalb Flugstunden von Berlin erwarten sie ganzjährig im Durchschnitt 25 Grad Celsius und dazu immer eine erfrischende Atlantikbrise, ein Traumklima für Heuschnupfen Alarica. Ihr Traumurlaub beginnt in Playa Blanca in einer der hochmodernen Fincas der Anlage, Residencia Safiro. Zur Anlage gehören zehn Häuser, die alle identisch hochwertig ausgestattet sind. Der deutsche Vermieter hat auf edle Materialien und Komfort gesetzt. Die Seele baumeln lassen oder den Familienurlaub mit einem spaßigen Badevergnügen starten. Der hauseigene beheizte Pool lädt dazu ein und die großzügig geschnittenen Grundstücke verfügen über sehr viel Platz. Die exklusiven Residenzen ermöglichen den entspannten Aufenthalt für bis zu sechs Personen und sind damit auch für zwei Familien bestens geeignet. Auf 160 Quadratmeter Wohnfläche befinden sich drei große Schlafzimmer jeweils mit einem exklusiven amerikanischen Boxspringbett veredelt. Dazu kommen zwei Marmorbäder, die ebenfalls keine Wünsche offen lassen. Den Meerblick mit Sicht auf die Nachbarinsel Fuerteventura gibt es inklusive genau wie WLAN, DVD und SAT-TV. Freizeitaktivitäten stehen Beachbikes und Kajaks zur Verfügung und der Weg zum Strand dauert keine fünf Minuten. Für Ausflüge in die Umgebung eignet sich ein Mietwagen. Den gibt es hier schon für unter 100 Euro in der Woche. Na dann kann der Urlaub dort beginnen. Sichern Sie sich noch heute eine der exklusiven Fincas der Residencia Safiro auf Lanzarote. Noch Fragen? Schreiben oder rufen Sie uns an. Lanzarote.айт.ratstdy pop-rlegen Wilhelm